Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, hier begrüßt euch zu Eurofishing. Mit am Start ist der Toni. Naja. Gut, diesmal kann er jetzt keine Bombe fliegen lassen oder sonstige Sachen. Ja, Eurofishing, wir haben jetzt 30 Minuten eingestellt und ja, wollen wir mal unser Glück versuchen. Hier, schön an unserem See. Gut, alles klar, ich werde das mal machen. Und das letzte Mal, wir haben ja hier erstmal getestet am See, ist zum Anfang ganz gut gelaufen. Aber danach kam dann so ein bisschen, ja, die tote Hose durch. Aber es waren auch gute Fische am Start. Nicht wahr, Tonichen? Ah, geht so. Ah, geht so. Ey, jetzt regnet das hier auch noch. Sind die Ringsache nicht dabei? Nee. Ich will den ja nicht ablegen. Ey, der will, der will nicht raus. Ein Bug, ein Bug. Ich kann hier nicht. Not a Bug, it's a Feature. Nee, ich kann... Ich kann, äh, äh, die andere Angel nicht nehmen. So. Scheiße. Ich war wahrscheinlich zu weg, äh, zu weit, äh, von der Angel weg. Vom Angelposten. Mal sehen. Scheiße, so ein Blödsinn. Jetzt habe ich keine Angel draußen. Ah, komm her. Mal sehen, ob wir da einen ordentlichen Karpfen hier rausholen. Oh. Hei, 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 hei. Bei dir Pieps, wa? Ich habe schon was dran. Ja, ich habe auch einen dran. Wie viele Angel hast du drin? Zweier. Zweier. Ah, komm mal her, du blöder Fisch. Ja, mal. Ja, mit den ganz großen Haken, den Sechserhaken, habe ich irgendwie einen okayen richtigen Erfolg gehabt. Komm mal her, du blöder Fisch. Komischer Fischkopf hier. Ui, 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 und jetzt... Ah, mir wäre bald die Sehne durchgerissen hier. Nein, jetzt haut er wieder ab. Der haut ab. Ah, komm her, Fisch. Komm her, mein kleiner Fischkopf. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, Fischi. Alter, 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 der hat so viel Kraft. Komm her, Fisch. Hier ist Matchangeln angesagt. Oh, ey, ich krieg den nicht raus. Ich krieg den blöden Fisch nicht raus. Komm jetzt her, jetzt hier. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, ho, 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 ho. Was ist denn das für ein Knubbelfisch? 7,87 Kilo. Ja, schön. Bei schlechtem Wetter lässt sich angeln. Okay. Ja, das war ja, das war ja klasse rausgeschmissen. Mann, schweißt da jetzt das Ding mal raus hier. Jetzt die 2. Gucken wir nochmal im Inventar, was ich da dran habe. Ja, gut, klar, probieren wir es einfach mal. Na, wo hau ich denn den hin? Ach, hinterm Rücken. Ey, irgendwie läuft das nicht so richtig. So, jetzt die andere. Jetzt will ich auch mal ein bisschen was hier rankriegen hier. So, mal sehen, ob ich jetzt mal ein bisschen Erfolg habe. Ja, das war mal so eine blöde Situation. Also hier, ganz rechts bei mir, wollte irgendwie gar keinen Fisch an. Alter, was hast du denn da von einem Fisch dran gehabt? 7,30. Naja, wie ich hier mit meinen 7,9. Ja, das sind schon ein paar ordentliche Brocken hier drin. Ja, die 1, die zuppelt ein bisschen. Die 1, die zuppelt. Gut. Sind wir doch am Start hier. Oh, die 2, die zuppelt auch. Verdammt, komm her, Fischkopf. Oh, Fischkopf. Natürlich, wir haben immer noch die Standardangeln. Ich habe jetzt eine 12er Sehne hier dran. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ich denke mal, die Stärke. Rotauge, ey, ernsthaft? Wie? Wie viel? 1 Kilo Rotauge oder was? Naja, 1 Kilo oder sowas. Ja, so ein Scheiß-Trick da. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Punkte er zum Bossfisch vielleicht mal bringt, weißt du? Alter, die sind ja alle jetzt im Beschlag, die Angeln. Und du kriegst die nicht raus, ey. Mit unseren Behindertenangeln hier. Komm, komm. Nein, wirst du dich... Na. Oh. Ah, nein. Warum haut der wieder ab, der Fisch? Bei den kleinen Fischen, da war es ja wirklich... Blub, blub, hast du ja... Wie aus... Äh. Da hast du ja ganz einfach rausgeholt, die Dinger. Alter, was haben die hier ver... Viecher drinne? Sind das... Walfische? Fanden. Aha. Alter, das ist doch bestimmt bald ein Zehnerfisch hier. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ey, ich bin fast nur im roten Bereich hier. Ja, ich hab'n. Boah, ho, 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 was ist dann das von Eumel? 8,8 Kilo Fisch. Yeah, fuck you all, ey. Oh, schön. Was denn? Nicht. So, jetzt werden wir mal die zwei reinholen. Oh, der ist ja da hinten bei dir schon. Fast neun Kilo, ey. Ey, nun komm rein jetzt. Ich kämpf schon seit... ...drei Minuten mit dem Fisch hier. Ja, na, was denkst du? Das ist ein roter Auge, ich will mal den. Den... Den gibt's den aber. Na, was fischst du denn? Oh, der ist gut. Oh, wie viel Kilo hat der ihr habt? 8,49. Ach, alter, alter. Na, ich hab' fast neuner gehabt, ey. Ich krieg' den da bei dir nicht raus. Schubst mal ihn zur Seite. Nö. Ich krieg' diesen Drecksfisch nicht. In einem großen. Jetzt komm' hier und nicht hier immer in den Gestrüpp hier rum. Jetzt müsste er langsam ein bisschen müde sein. Ja, Happen. Och, bist du hässlich, Fisch. Was für ne Schnute. 6,8 Kilo. Ne, Kesha. Was ist denn du? Und anziehen! Das wär' so cool, wenn hier so eine Animation drinne wär, um zu sehen, wie die Fische da unten rumschwimmen, weißt du? Komm' doch mal her, du Behindie vom Fisch. Das kann doch nicht Warzenschwein sein. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Danach bin ich aber total fix und foxy. Ich bin hier spannend. Eigentlich müssten wir ja die 100er Marke, wenn's so weitergeht, so knacken, ne? Aber du wirst ja beim letzten Mal, wo ist ja dann die letzten 5 Minuten ziemlich ruhig hier. Da haben wir alle weggefischt. Ach, Schnee. Zu früh, zu früh. Ah, der ist aber nicht so groß. Könnte ein Vierer, Fünfer sein. Ne, der ist nicht so groß. Wenn das ne Rotoge ist, ey, den schmeißen wir rüber. Ne, gut. Irgend so ein komischerer. 5 Kilo. 5,4 Kilo. Hab ich doch gesagt. So was hab ich eigentlich im Fall ne Angel am Start hier. Ja, ich schmeiß die Angel jetzt immer, die Links immer so behindert raus. So. Jedenfalls die 1 ist, schätze ich schon ne ganze Weile ruhig. Rumspringen tun sie ja hier noch, ja. Weil ist es ja auch so, wenn man hier angelt, nachher ist hier in dem Bereich alles weg und man müsste dann hier einen Stellungswechsel machen, wisst du? Wie so ein Sniper. Stellungswechsel. Ja, nicht wie beim Sex, Mann. Dein Stellungswechsel ist ja abrollen, schlafen. Werde was? Alter. Was hast du vom Fisch gehabt? War ich denn nicht? Der war bestimmt über 8 Kilo, ne? Ne. Ne? Ne. Oh, die 1 hat was. Komm doch mal her. Ne, ich abhau den Fisch. Der ist aber ein bisschen frech hier vorne. Ja, das könnte ein 5er, ein 6er, also 6er könnte es sein. Den ich jetzt dran habe. Das könnte ein 6er sein. Blöd, wenn die Fische das so weit raustragen. Oh, komm doch mal her, du blöder. Rumpelfisch. Ich würge hier was mit der Angel. Jeder Angler, der würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zerschlagen. Zerschlagen vor allem. Komm mal her, Mensch. Böser Fisch. Ja, ich hab'n. Oh je. 7,6 Kilo. Wah. Oh, komm. Ey, du schmeißt ne Angel raus und da ist schon wieder der nächste Tigerhai dran, sag ich dir. Toni, hast du was an der Angel? Ah. Aber? Der kämpft. Aber er kämpft auch die ganze Zeit ja und... Au, der könnte ein Simmer sein. Jetzt gehen's alle 3, ja, schön. Ja, bei mir gehen's weh. Äh, den hab' ich ja gerade. Kommt doch mal her, du... Katzenfisch. Ich bin nur am Kobeln, Junge. Das Ding muss ja sowas von glühen. Oh, jetzt gehen's alle bei mir. Ja. Oh ja, ja. 4,9. Ist jetzt okay. So. So. Ach, Mann, Alter, ich bin zu weit vom Dings weg wieder. Ach, das ist so kacke, ey. Du kannst ja die Angel nicht ablegen, wenn du zu weit vom Platz weg bist, wisst ihr? Oh, komm her, Fisch. Ich weiß nicht, ob ich hier die komische Bremse mal höher machen muss, wisst ihr? Komm, Fisch, komm. Viertelstunde haben wir noch. Wir wollen die 100 erreichen. Wir halten Halbzeit jetzt. Könnte auf jeden Fall geschnappt sein. Guck mal, wenn du überlegst, wo wir das gespielt haben, hatten wir 130, 120, ne? So in der Drehe. Wo wir eh eine Studie gespielt haben. Da hatten wir aber nur diese kleinen Drecksfische. Was war das denn jetzt? Der war doch... 1,01 Kilo. Yeah, super. Und wie lange hast du da gekämpft? Über ewig, geil, wa? So, für Minuten oder so. Ah, ich hab mir jetzt... So eine großen hole ich jetzt gar nicht mehr so. Ich hab jetzt neue Seen dran und das scheint ganz gut zu funktionieren. Und einen neuen Haken. Na, ich hab jetzt, ähm... Ach, der ist ja hier vorne. Was hast du denn? Was hast du denn von Haken? Den 8er? Den 6er? Den 10er? Das ist doch gar kein großer. Ja, vorher hatte ich bloß ein 12er. Ja, gut. Ich will ja mal den 6er probieren, den ich habe. Aber da hätte ich noch nie irgendwie Glück gehabt. Na, ich hab hier die... Ich glaube, auf 2 Angeln habe ich die 12er Sehne. Und auf 1er habe ich hier die... Die... Die Anfangsehne, die ich... Weil ich noch nicht so richtig 100%ig überzeugt war von der Sehne. Ey, mit dem Kescher ist das echt behindert, ey. Ja, 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 ja. Was denn dat war, ey? Da sieht der niedlich aus. 6,6. Aber das Ganze, die Piepie geht mir auf den Sack. Darum wäre ich jetzt... Oh, nee. Beim nächsten Mal rausschmeißen ein bisschen... Mal... Den 6er mal ausprobieren, mal eine Weile. Ich... Ich muss einfach mal wissen, wie der funktioniert, wisst ihr? Boah, da könnte man ja... Durchaus mit einem 6er Haken... Bestimmt einen 12er Fisch vielleicht rausholen, wisst ihr? Stimmt. Komm mal her, jetzt, ey. Komm doch mal her, du blöder Drecksfisch. Au. Alter, was bist du denn für einer? Komm, Fisch. Fischi, komm. Hab dich nicht so. Dann schmeißt du die Angel hier bei mir rüber. Steck meine Angel rein, wo ich will. Naja, lass ihn mal hängen da. So. Oh ja. 4,8 Kilo. So, ich muss ja einfach mal... Nee, Mensch. Hol mal das Ding wieder rein hier. Ich probier's einfach mal. Köhler lass ich so. 8,49 Kilogramm. So. Den möchte ich mal wieder reinholen. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so gut. So einen großen... Boah, was war das bei einer, der hier vorne hochgesprungen ist? So. So, mach ich mal. Ja, mach ich so. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was die 1 macht. Ob da mal irgendwie ein größerer Fisch kommt. Auf der 1 bewegt sich was? Auf der 1 bewegt sich was? Ich bin ja gespannt. Das ist jetzt der größte Haken. Ich hab auf der... Auf der 6 noch nie irgendwie Fische gehabt. Und jetzt kommt ein Rotogel. Wetten? Dann lach ich dich aus. Ja, ja, wirklich, ey. Dann war's ne Fehl... Ein Fehlding. Aber er zieht schon mal ordentlich. Ich brauch unbedingt ne andere Angel. Da muss man mal sparen, darauf, ja. Ja. Ja, ne andere Route kostet, äh... 3000. Und noch ne andere Rolle kostet, glaube ich, nochmal über 1000. Und noch was. Komm mal her, du Katzenfisch. Mann, der Kescher ist so behindert, ey. Ja, komm her. Ja, ziehen lassen. Wenn da... Im roten Bereich. Komm mal her, Fisch. Nein. Komm. Und komm, du Papa. Na, aber willst du mal? Du wirst doch nicht hier... Oh. Na, wirst du mal wieder... Ne, du kleiner Katzenfisch. So, ich hab ihn. Oh, ja. Geht schon. 7,3 Kilo. Geht schon mal ab. Aber es wird jetzt ruhiger. Wird bei dir auch ein bisschen ruhiger. Oh, ja. Geht ja, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Wir haben ja alle weggefischt. Oder die... Die Temperatur ist nicht mehr so, wo die jetzt noch beißen wollen. Früh morgens um 7... Ach, Mann, ey. Ich stelle mir auch an. Ihr letzte Mensch, ey. Ja. So. So. So, jetzt ist es ruhig hier bei mir. Macht ein Toni da drüben. Die drei bewegt sich. Und dann gehen wir mal ran, ne? Normalerweise müsstest du es ja so richtig anziehen und so, wenn der Fisch da ranbeißt. Aber ich weiß nicht, ob das beim Matchfischen oder so ist... Ob dir da egal ist. Auf der 1 beißt auch schon wieder was. Auf den großen Haken. Wo kommst du denn mal her, jetzt? Eie, 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 eie. Wirst du mal hier rüberkommen zu mir? Nicht zu Toni. Boah, jetzt sind auf alle angeln schon wieder was. Ey, du hast wirklich ewig... Oh, du hast Ewigkeiten zu kämpfen hier irgendwie so einen Katzenfisch hier rauszuholen. Wir werden mal nur mit Einen Koffer machen. Da haben wir nicht so viel zu tun. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mal mit Einen Koffer sehen wollt. Alter, die 1 ist da hinten! Die ist auf der anderen Seite. Oh, ich hab dich! Oh, ja! 4,6 Kilo! 4,7! Oh! Oh, ey, 60 Meter ist die Angel raus! Den krieg ich nicht mehr bis zum Feierabend hier rein. Was ist denn das für ein? Das ist bestimmt ein Wal. Der wollte wieder ins Meer im Pazifik schwimmen hier. Alter! Ah, ranholen, komm! Komm! Na, jetzt heigt ihn schon auf 37 Meter. Ich weiß gar nicht, wie weit die Sehne gehen kann, ey. Boah, jetzt sträubt er sich ein bisschen. Jetzt merkt er wahrscheinlich... Oh, er kriegt trockene Füße. Der Kescher ist so behindert, ey. Gibt es nicht. Wieso? Macht der so viele Probleme bei dir? Ja, ich will es nicht... Die Animation nicht, ey, das ist... Ja, das... Früher, äh, die haben das genervt, weil früher war das so, du musstest ganz genau da den... Also noch in der Beta-Phase den Fisch da dran haben. Jetzt brauchst du nur in der Nähe sein. Alter, was zappelst du, blöder Fisch denn? Du bist nur noch ein paar Meter hier. Ah, ja, scheiße! Das Ding ist abgerissen. Kurz vorm Ziel! Da kämpfe ich die halbe Zeit, ey. Jetzt ist die andere Angel wieder über 40 Meter weg. Ne, wir machen das nächste Mal mit einem Angelkoffer. Das ist mir zu Stress hier. Also nicht mit einer Angelkoffer, sondern mit einer Angel. Also ja, hier haben Punktezusammlung, dass wir hier was Neues holen können. Das ist doch hier wieder so ein kleiner Katzenfisch, ey. Abgerissen, ey, schöne Scheiße. Auch abgerissen! Alter, was hab ich denn hier von Katzenfisch, Junge? 2,5 Kilo. Geil! Mann, ey! Das ist aber sowas von ärgerlich. Ey, ich hab da bestimmt 2, 3 Minuten gekämpft wegen den euren Drecksfisch hier. Und nix ist da richtig passiert. Und kurz vorm Ziel abgerissen. Oh ja, lassen wir liegen. Sieh du das. So, nix passiert. Bei dir? Jetzt hab ich wieder in. Ja? Ja. Na los, komm. Putt, 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 putt. Wassersohme sind dreckig. Hast du drin gepieselt oder was? Ja. Bei mir ist jetzt Tote Rose mit Dach hier. Kommt, Fisch hin. Kommt. Oh, die 1, die 1 bewegt sich. Die 1, 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 die 1. Den werde ich aber nicht mehr reinkriegen, ne? So ärgerlich, dass es jetzt der Ene Fisch, ey. Der war bestimmt ein 6er oder 7er Fisch. Oh, oh. Oh, wieder abgerissen. Ey, meine Sehne ist so schwach. Der 6er Haken ist einfach, äh, für die, für die Angel, kannst du vergessen. Der ist einfach zu heftig, die Fische. Alter, was bist du denn für ein Lump? Ich hätte den 6er Haken nicht machen sollen. Mhm. Ja, muss ja mal was ausprobieren. Da muss man mit ganz viel Gefühl arbeiten. Und das ist nicht meine Sache. Komm nachher jetzt hier. Scheiße. Alter, bewegst du dich nicht so wie so ein Behindie? Ach, Mann. Komm da rein, du Fisch. Ich krieg nicht rein, Toni. Du gewinnst noch. Ich gewinne, habe ich einen Wunsch frei. Naja, blasen kannst du ja selber eben. 5, 6, 5, 3, 2, 1. Scheiße. Ey, ich hab nicht mehr reingekriegt, Alter. Ja, Toni, Glückwunsch. Hast du auch mal gewonnen. Das ist doch, das ist doch nichts Neues. Ja, schade, dass wir das andere Video nicht aufgenommen haben. Aber ja, waren ja ein paar ordentliche Fische dabei. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen angeln, um, ja, neue Gegenstände freizuschalten. Mit den Worten, macht Toni und der Maximus einen Fisch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis. Bis.